Lektion 1 – Wochenendplan Anna, was möchtest du dieses Wochenende machen? John, ich bin mir nicht sicher. Hast du irgendwelche Ideen? Wie wäre es mit einer Wanderung in den nahegelegenen Bergen? Das klingt nach einer fantastischen Art, sich mit der Natur zu verbinden. Wir können auch ein neues Restaurant zum Abendessen ausprobieren. Ich bin immer bereit, verschiedene Küchen zu erkunden. Großartig! Planen wir ein aufregendes und unvergessliches Wochenende. Lektion 2 – Toronto Warst du schon in Toronto? Es ist eine fantastische Stadt. Nein, habe ich nicht. Wie ist es dort? Nun, sie werden Orte finden, die ruhig und friedlich sind. Das klingt reizend. Ich mag ruhige und heitere Umgebungen. Toronto hat wunderschöne Parks und malerische Uferpromenaden. Ich würde diese Orte gerne besuchen und ein paar entspannende Spaziergänge machen. Wir können auch die pulsierende Innenstadt und ihre Attraktionen erkunden. Das klingt nach einer perfekten Mischung aus Ruhe und Aufregung. In der Tat. Toronto bietet für jeden ein einzigartiges Erlebnis. Lektion 3 – Die Farblinie durchbrechen Kennen Sie den ersten Erfolg beim Durchbrechen der Farblinie im Baseball? Ja, es war ein bedeutender Meilenstein in der Sportgeschichte. Unbedingt! Es dauerte viele Jahrzehnte, bis es zu einer vollständigen Integration kommen würde. Es ist inspirierend zu sehen, wie im Laufe der Zeit Fortschritte erzielt werden. Der Kampf um Gleichheit geht weiter, aber es wurden Fortschritte erzielt. Das ist wahr. Wir müssen die Bemühungen und Erfolge anerkennen. Es ist wichtig, aus der Vergangenheit zu lernen und auf eine bessere Zukunft hinzuarbeiten. Lektion 4 – Hoffnung auf friedliche Lösungen Das ist sehr wahr. Hoffen wir auf eine friedliche Lösung. Ja, es ist wichtig, Gemeinsamkeiten und Verständnis zu finden. Friedliche Proteste können zu positiven Ergebnissen führen. Dialog und Empathie können helfen, die Lücken zu überbrücken. Lektion 5 – Geschichte des Alkohols Wussten Sie, dass alkoholische Getränke vor tausenden von Jahren im Nahen Osten üblich waren? Wirklich? Das wusste ich nicht. Das ist interessant. Religion kann kulturelle Praktiken prägen. Auf jeden Fall. Es ist faszinierend zu sehen, wie Überzeugungen die Bräuche beeinflussen. Es zeigt die Vielfalt und Komplexität menschlicher Gesellschaften. In der Tat. Es ist wichtig, unterschiedliche kulturelle Perspektiven zu respektieren. Absolut. Das Verständnis kultureller Unterschiede bereichert unser Wissen. Lektion 6 – Musikmelodien Hast du in letzter Zeit irgendwelche Ohrwürmer gehört? Ja, die 40 besten Songs werden immer im Radio abgespielt. Ich mag verschiedene Musikrichtungen. Wie steht's mit dir? Ich habe ein Faible für Popmusik. Es ist so optimistisch. Das ist cool. Andere Radiosender spezialisieren sich auf bestimmte Arten von Musik. Es ist toll, Abwechslung zu haben und auf verschiedene Geschmäcker einzugehen. Unbedingt. Musik bringt Menschen zusammen und hebt die Stimmung. Lektion 7 – Sneakershopping Ich liebe Sneakers. Sie sind so stylisch und bequem. Unbedingt. Sie sind perfekt für jedes Freizeitoutfit. Hey, willst du in den Schuhladen gehen, wenn wir mit der Arbeit fertig sind? Klar, ich bin bereit dafür. Lass uns ein paar coole Sneaker finden. Großartig! Wir können verschiedene Marken und Designs erkunden. Ich freue mich darauf, ein paar neue Schuhe anzuprobieren und zu sehen, was zu mir passt. Es wird Spaß machen, das perfekte Paar zu finden, das zu unserem Stil passt. Definitiv! Ich hoffe, wir finden ein paar trendige Sneaker. Ich auch. Lass uns gehen und die neuesten Schuhtrends entdecken. Lektion 8 – Kreatives Individuum Weißt du, es gibt jemanden, den ich faszinierend finde. Wer ist das? Es ist jemand, der ein cooles, distanziertes, erfinderisches Individuum repräsentiert. Das klingt faszinierend. Erzähl mir mehr. Diese Person vertraut auf Grundprinzipien und denkt um die Ecke. Das ist beeindruckend. Innovation kommt oft von solchen Köpfen. Unbedingt! Lassen Sie uns unserer Kreativität freien Lauf lassen und anders denken. Lektion 9 – Morgenroutine Das ist früh. Normalerweise drücke ich ein paar Mal die Schlummertaste, bevor ich aufstehe. Früher habe ich das auch gemacht, aber ich fühlte mich benommen. Ich verstehe. Die Etablierung einer konsistenten Morgenroutine kann helfen. Welche Art von Routine schlägst du vor? Beginnen Sie mit Dehnübungen oder einem schnellen Training, um Ihren Körper aufzuwecken. Das klingt nach einer guten Möglichkeit, Energie zu tanken. Und versuche zu vermeiden, gleich nach dem Aufwachen auf dein Handy zu schauen. Lektion 10 – Qualitätswettbewerb Der Wettbewerb auf dem Markt ist hart. Ja, vor allem angesichts der Qualität der Produkte. Es drängt Unternehmen dazu, sich ständig zu verbessern und zu innovieren. Das ist wahr. Es kommt auch den Verbrauchern zugute. Wir haben Zugang zu besseren Produkten und mehr Auswahlmöglichkeiten. Es ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Lassen Sie uns den Wettbewerbsgeist schätzen und nach Spitzenleistungen streben. Lektion 11 – Auf dem Laufenden bleiben Anna, es ist wichtig, unsere Geräte und Software auf dem neuesten Stand zu halten. John, absolut. Regelmäßige Updates sorgen für Sicherheit und verbesserte Leistung. Es ist wichtig, geschützt zu bleiben und die neuesten Verbesserungen zu nutzen. Machen wir es uns zur Gewohnheit, regelmäßig nach Updates zu suchen. Lektion 12 – Hochfliegen Ich würde gerne lernen, wie man ein Flugzeug oder einen Hubschrauber fliegt. Das klingt berauschend. Es ist unglaublich, durch die Luft zu fliegen. Fliegen lernen erfordert Hingabe und eine angemessene Ausbildung. Ich bin bereit für die Herausforderung. Es wäre ein wahr gewordener Traum. Lektion 13 – Zahnarztbesuch Am Samstag, den 10. Juni, als ich in meiner Zahnarztpraxis ankam, hatte ich... Oh nein! Lass mich nicht hängen! Was ist passiert? Ich hatte Zahnschmerzen und es hat mich tagelang gequält. Zahnprobleme können sehr schmerzhaft sein. Was hat der Zahnarzt gesagt? Der Zahnarzt fand eine Karis und empfahl eine Füllung. Ist das Verfahren gut verlaufen? Geht es dir jetzt besser? Ja, der Zahnarzt hat die Karis gefüllt und meine Zahnschmerzen sind weg. Lektion 14 – Barrierefreiheit ist wichtig Menschen mit Behinderungen sollten einen einfachen Zugang haben. Unbedingt! Barrierefreie Räume ermöglichen es ihnen, sich frei zu bewegen. Es ist wichtig, ein inklusives Umfeld für alle zu schaffen. Verbesserungen der Barrierefreiheit kommen allen zugute, nicht nur Menschen mit Behinderungen. Setzen wir uns für Chancengleichheit ein und setzen wir uns für einen positiven Beitrag ein. Lektion 15 – Reisen nach Fidji Wir wollen nach Fidji reisen. Benötigen wir bestimmte Dokumente? Ja, wir benötigen gültige Reisepässe und benötigen möglicherweise zusätzliche Genehmigungen. Es ist wichtig, die Reiseanforderungen im Woraus zu überprüfen. Stellen wir sicher, dass wir alle notwendigen Dokumente bereit haben. Eine vorausschauende Planung gewährleistet eine reibungslose und problemlose Reise. Lektion 16 – Wahrnehmungen ändern Wussten Sie, dass Diedrichsen Klischees über Weiblichkeit gebrochen hat? Ja. Sie stellte die Idee in Frage, dass das Aussehen die Weiblichkeit bestimmt. Sie wollte die Art und Weise ändern, wie die Menschen sie und ihre Fähigkeiten sahen. Es ist inspirierend, wie sie sich den Erwartungen widersetzte und ihr wahres Ich annahm. Sie bewies, dass Talent und Entschlossenheit wichtiger sind als Aussehen. Lektion 17 – New Jersey erkunden New Jersey sollte auf jeden Fall auf unserer Reiseroute stehen. Unbedingt! Im Bundesstaat gibt es so viel zu sehen und zu entdecken. Von schönen Stränden bis hin zu pulsierenden Städten bietet es ein abwechslungsreiches Erlebnis. Stellen wir sicher, dass wir ikonische Sehenswürdigkeiten wie den Liberty State Park besuchen. Die Erkundung von New Jersey wird ein Abenteuer voller unvergesslicher Momente sein. Lektion 18 – Sucht überwinden Wir müssen uns mit dem Verhalten von Menschen befassen, die mit Drogenabhängigkeit zu kämpfen haben. Unbedingt! Es ist wichtig, sie zu verstehen und zu unterstützen. Indem wir ihnen Mitgefühl und Ressourcen anbieten, können wir ihnen helfen, es zu überwinden. Sucht ist ein komplexes Thema, aber mit der richtigen Unterstützung ist eine Genesung möglich. Lasst uns das Bewusstsein schärfen und eine Gesellschaft fördern, die Hilfe und Verständnis bietet. Lektion 19 – Praktische Lage Das klingt gut. Ist das Hotel nur wenige Gehminuten von Sehenswürdigkeiten entfernt? Ja, es liegt günstig in der Nähe beliebter Sehenswürdigkeiten. Alles in Reichweite zu haben, wird unseren Aufenthalt noch angenehmer machen. Wir können die Stadt erkunden, ohne uns Gedanken über den Transport machen zu müssen. Der Aufenthalt in einem zentral gelegenen Hotel ist aus Gründen der Bequemlichkeit eine kluge Wahl. Lektion 20 – Die Macht nutzen Ich stimme zu. Soziale Medien sind zu einem leistungsstarken Instrument geworden, um Kunden zu erreichen. Es ermöglicht Unternehmen, mit einem breiteren Publikum in Kontakt zu treten und Beziehungen aufzubauen. Mit sozialen Medien können Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen effektiv bewerben. Es ist eine kostengünstige Möglichkeit, mit Kunden in Kontakt zu treten und Feedback einzuholen. Unternehmen müssen die Macht der sozialen Medien nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Lektion 21 – Essentials für deine Garderobe Ich muss meine Garderobe aktualisieren. Irgendwelche Vorschläge? Beginne mit Basics wie Jeans, T-Shirts und einer vielseitigen Jacke. Was ist mit Schuhen? Ich möchte etwas Bequemes und Stilvolles. Holen Sie sich ein paar Turnschuhe und ein paar Abendschuhe für verschiedene Anlässe. Gibt es noch andere Mustaves für eine rundum gelungene Garderobe? Vergessen Sie nicht ein klassisches weißes Hemd und ein kleines schwarzes Kleid. Danke für die Tipps. Ich werde dafür sorgen, dass ich meinen Stil überarbeite. Lektion 22 – Kriegsberichte Hast du von den Truppen in diesem Krieg gehört? Ja, viele Berichte erwähnen ihren Mut und ihre Opferbereitschaft. Es ist inspirierend, ihr Engagement und ihren Mut zu sehen. Wir sollten unsere Truppen ehren und unterstützen. Absolut, sie verdienen unseren Respekt und unsere Dankbarkeit. Wussten Sie, dass die Hälfte aller Kekse in den USA Schokoladensplitter sind? Das ist eine beliebte Wahl unter Amerikanern. Ich verstehe warum. Sie sind köstlich. Die Kombination aus Schokolade und Plätzchenteig ist unwiderstehlich. Ich muss versuchen, ein paar hausgemachte Schokoladenkekse zu backen. Lektion 24 – Wilde Cowboys In Amerika tobten Cowboys, die gerade bezahlt worden waren, nach dem langen Viehtrieb aus. Wirklich? Was meinst du mit wild geworden? Sie würden sich rücksichtslos und laut verhalten, um Dampf abzulassen. Es muss eine ziemlich ereignisreiche Zeit für sie gewesen sein. Ja, es war eine Möglichkeit für sie, zu feiern und ihre aufgestaute Energie freizusetzen. Lektion 25 – Die Hütte des Siedlers Anna, hast du schon einmal eine Siedlerhütte besucht? John, ja, das habe ich. Es war ein faszinierendes Erlebnis. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Blick in die Vergangenheit war. Die Siedler mussten alles von Hand machen. Von der Rodung von Land bis zum Anbau eigener Lebensmittel. Es ist beeindruckend, ihre Selbstversorgung und Widerstandsfähigkeit zu sehen. Ihre Geschichten sind ein wertvoller Teil unserer Geschichte. Lektion 26 – Lokale Sehenswürdigkeiten Ich habe gehört, dass es in der Nähe einige großartige lokale Sehenswürdigkeiten gibt. Ja, es gibt viele interessante Orte zu besuchen. Das ist wunderbar. Kann ich mich auch über sie informieren? Natürlich. Ich kann ihnen Einzelheiten zu den besten Attraktionen geben. Das klingt fantastisch. Ich freue mich darauf, die Gegend zu erkunden. Lektion 27 – Preissenkungen Haben Sie versucht, Preise in verschiedenen Geschäften auszuhandeln? Ja, manchmal kann man durch Verhandeln einen niedrigeren Preis erzielen. Das klingt zeitaufwendig. Lohnt es sich wirklich? Es kann sein, wenn Sie nach einem guten Angebot suchen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es ist immer nett, etwas Geld zu sparen. Lektion 28 – Interesse an der Natur Ich hatte schon immer ein großes Interesse an der Natur. Die Natur ist faszinierend und bietet endlose Wunder. Ich liebe es, die Natur zu erkunden und Wildtiere zu beobachten. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Ich stimme zu. Die Natur hat eine Art, uns zu beruhigen und zu inspirieren. Lektion 29 – Strategien zur Verbesserung Selbstbewusstsein ist entscheidend. Haben Sie Strategien im Sinn, um sich zu verbessern? Eine Strategie besteht darin, klare Ziele zu setzen und Fortschritte zu verfolgen. Das klingt effektiv. Gibt es noch andere Strategien, die du empfiehlst? Ein weiterer hilfreicher Ansatz besteht darin, Feedback von anderen einzuholen. Ich werde diese Strategien auf jeden Fall ausprobieren. Danke für den Rat. Lektion 30 – Unterwasserkorallen Haben Sie jemals Korallenformationen unter Wasser gesehen? Ja, Korallenriffe entstehen durch die Körper kleiner Unterwassertiere. Das ist faszinierend. Das heißt, Ihre Leichen bilden diese ungewöhnliche Struktur? Exakt. Es ist ein einzigartiges und empfindliches Ökosystem. Ich würde gerne die leuchtenden Farben und das Meeresleben aus der Nähe sehen. Es ist ein atemberaubender Anblick. Schnorcheln oder tauchen ist die beste Art, es zu erleben. Ich werde es auf jeden Fall zu meiner Reise-Bucket-Liste hinzufügen. Lektion 31 – Verwundeter Sieg Frankreich und England kämpften auf der Krim-Halbinsel gegen Russland. Nach einem Sieg der Alliierten mussten die Verwundeten versorgt werden. Es muss eine herausfordernde Zeit für alle Beteiligten gewesen sein. Die Verwundeten Soldaten wurden mit Mitgefühl und Hingabe behandelt. Es ist unglaublich, wie Menschen in Konfliktzeiten zusammenkommen. Lektion 32 – Qualitätswerkzeuge Ich stimme zu, dass es besser ist, etwas mehr für langlebige Werkzeuge auszugeben. Die Investition in hochwertige Werkzeuge gewährleistet eine bessere Leistung und Haltbarkeit. Es ist frustrierend, wenn billige Werkzeuge leicht kaputt gehen und ständig ausgetauscht werden müssen. Hochwertige Werkzeuge können auf lange Sicht Zeit und Geld sparen. Ich werde von nun an daran denken, beim Kauf von Werkzeugen Wert auf Qualität zu legen. Lektion 33 – Malerische Pfade Ich habe gehört, dass es in der Nähe malerische Wanderwege gibt. Das klingt nach einer großartigen Art, Dinge zu erkunden. Malerische Wanderwege bieten wunderschöne Ausblicke und die Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Ich genieße es, von Natur umgeben zu sein. Es ist eine friedliche Erfahrung. Beim Wandern können Sie die Schönheit der Natur hautnah erleben. Ich freue mich darauf, meine Wanderschuhe zu schnüren und auf die Wanderwege zu gehen. Lektion 34 – Tanzende Sterne Hast du jemals die Sterne beobachtet und den Drang verspürt, sie zu berühren oder sie sogar bei ihrem geheimen Tanz zu begleiten? Sternenbeobachtung kann ein Gefühl des Staunens und dem Wunsch nach Verbundenheit hervorrufen. Die Weite des Universums ist sowohl demütigend als auch inspirierend. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir Teil von etwas viel Größerem sind. Ich finde oft Trost in der Schönheit und dem Geheimnis des Nachthimmels. Lektion 35 – Neues Versprechen Gesegnetes Land der neuen Verheißung mögen die Generationen, deren Gesichter wir noch nicht sehen können, deren Namen wir vielleicht nie erfahren, diese Welt verbessern. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft liegt in den Händen künftiger Generationen. Ihre Handlungen und Entscheidungen werden die Welt prägen, die wir hinter uns lassen. Jede Generation hat die Macht, positive Veränderungen und Fortschritte herbeizuführen. Lektion 36 – Festliche Dekoration Unsere Familie bereitet sich auf Weihnachten vor, indem sie das Haus dekoriert. Wir dekorieren drinnen und draußen mit Lichtern, Ornamenten und einem Baum. Es schafft eine fröhliche Atmosphäre und bringt uns in Urlaubsstimmung. Die funkelnden Lichter und farbenfrohen Dekorationen sorgen für Wärme und Fröhlichkeit. Es ist eine besondere Zeit, wenn wir zusammenkommen und unser Zuhause festlich gestalten. Lektion 37 – Reni Islands Beide Inseln haben ähnliche Regenmengen, aber wie wirkt sich das auf sie aus? Dieser Regen verleiht den Feldern und Wäldern ihr üppiges Grün. Es ist wichtig für das Wachstum der Pflanzen und des Ökosystems. Regenfälle füllen die Wasserquellen wieder auf und unterstützen die vielfältige Tierwelt. Die Schönheit der Inseln ist zum Teil auf die reichlichen Niederschläge zurückzuführen, die sie erhalten. Lektion 38 – Kuschelige Accessoires Mir ist kalt. Soll ich einen Schal tragen oder eine Decke probieren? Warum nicht beides? Mit einem Schal und dann einer Decke übereinander zu legen, klingt nach einem großartigen Plan. Es wird mir helfen, an kälteren Tagen warm und gemütlich zu bleiben. Kuschelige Accessoires verleihen ihren Winteroutfits Komfort und Stil. Ich werde mich zusammenziehen und bereit sein, dem kühlen Wetter zu trotzen. Lektion 39 – Geschäfte aushandeln Was ist, wenn Kunden verhandeln? Wie sollen wir damit umgehen? Wir werden einen gewissen Verhandlungsspielraum haben, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Es ist wichtig, eine Win-Win-Lösung zu finden, die beide Seiten zufriedenstellt. Verhandlungen ermöglichen es uns, Gemeinsamkeiten zu finden und starke Beziehungen aufzubauen. Indem wir flexibel und offen für Diskussionen sind, können wir für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarungen treffen. Lektion 40 – Anfahrt zum Busbahnhof Ich suche die Bushaltestelle, die in die Innenstadt fährt. Kannst du helfen? Ah, du hast Glück. Die nächste Bushaltestelle ist gleich um die Ecke. Das ist praktisch. Ich bin froh, dass es zu Fuß erreichbar ist. Von dort aus finden Sie Busse, die direkt in die Innenstadt fahren. Perfekt! Ich schätze deine Anweisungen. Das spart mir Zeit und Mühe. Lektion 41 – Straßenkünstler Hallo Anna! Die Straßenkünstler sind unglaublich. Sie bringen Spannung in die Stadt. Hallo John! Ihre Talente und Kreativität bereiten jedem, der vorbeikommt, Freude. Ich liebe es, ihre unterhaltsamen Acts zu sehen und ihre Musik zu hören. Straßenkünstler tragen zur Vielfalt und Lebendigkeit unserer Stadt bei. Sie schaffen eine lebendige Atmosphäre, die das Herumlaufen angenehmer macht. Straßenaufführungen sind eine wunderbare Form des künstlerischen Ausdrucks. Wir sollten diese talentierten Menschen schätzen und unterstützen. Lektion 42 – Historische Städten Historische Städten faszinieren mich immer wieder. Sie haben so viel Geschichte. Sie sind Fenster in die Vergangenheit, die es uns ermöglichen, unser Erbe zu lernen und zu verstehen. Die Erkundung historischer Städten gibt uns ein Gefühl der Verbundenheit mit denen, die vor uns da waren. Es ist, als würde man in die Vergangenheit reisen und die Geschichten der Vergangenheit erleben. Tolle Idee! Wir können in die Geschichte unserer Stadt eintauchen und einige dieser Sehenswürdigkeiten besuchen. Lassen Sie uns die Geheimnisse aufdecken und die Architektur und Artefakte bestaunen. Historische Städten sind wertvolle Schätze, die unseren Respekt und unsere Bewahrung verdienen. Lektion 43 – Spezifische Aktivitäten oder Attraktionen Das klingt perfekt. Interessieren Sie sich für bestimmte Aktivitäten oder Attraktionen? Ich bin offen dafür, neue Dinge auszuprobieren. Was schlägst du vor? Wir könnten wandern gehen, Museen besuchen oder die lokalen Märkte erkunden. Wie wäre es, lokale Küche zu probieren oder an einer kulturellen Veranstaltung teilzunehmen? Das ist eine tolle Idee. Lassen Sie uns in die lokale Kultur und Traditionen eintauchen. Es wird ein unvergessliches Erlebnis voller neuer Entdeckungen und Abenteuer sein. Ich freue mich darauf, bleibende Erinnerungen zu schaffen und das Beste aus unserer gemeinsamen Zeit zu machen. Lektion 44 – Vorsätze und Lektüre Teilen Sie zuerst Ihre Vorsätze mit. Sicher! Einer meiner Vorsätze ist, jeden Monat mindestens ein Buch zu lesen. Das ist eine fantastische Lösung. Lesen erweitert unser Wissen und erweitert unseren Horizont. Es ist eine großartige Möglichkeit, verschiedene Perspektiven zu erkunden und sich mit neuen Ideen auseinanderzusetzen. Einer meiner Vorsätze ist es, eine neue Sprache zu lernen. Ich denke, es wird für das persönliche und berufliche Wachstum von Vorteil sein. Das Erlernen einer neuen Sprache eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten und vertieft unser Verständnis für andere Kulturen. Unbedingt! Es verbessert die Kommunikationsfähigkeiten und fördert Verbindungen zu Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund. Unterstützen wir uns gegenseitig bei der Umsetzung unserer Vorsätze und machen wir dieses Jahr zu einem Jahr der persönlichen Entwicklung. Lektion 45 – Marktexpansion Ich stimme zu. Es scheint, als ob ein großes Potenzial für eine Marktexpansion besteht. Wir sollten neue Märkte erkunden und ein breiteres Publikum erreichen. Die Erweiterung unserer Reichweite kann zu mehr Umsatz und Geschäftswachstum führen. Es ist wichtig, Markttrends zu analysieren und unsere Strategien entsprechend anzupassen. Wir können neue Kundensegmente identifizieren und unsere Produkte oder Dienstleistungen an ihre Bedürfnisse anpassen. Durch die Erweiterung unseres Marktes können wir unsere Marke stärken und eine starke Präsenz aufbauen. Lassen Sie uns die Chancen nutzen und unser Geschäft auf ein neues Niveau heben. Lektion 46 – Buchclub Ich bin einem Buchclub beigetreten. Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Bücher zu entdecken und sie mit anderen zu diskutieren. Das klingt interessant. Das Lesen und Teilen von Perspektiven kann bereichernd sein. Es ist ein unterstützendes Umfeld, in dem wir Ideen austauschen und aus verschiedenen Blickwinkeln lernen können. Ich finde es toll, wie Buchclubs das Gemeinschaftsgefühl fördern und lebenslanges Lernen fördern. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, in verschiedene Genres einzutauchen und unseren literarischen Horizont zu erweitern. Machen wir das Lesen zur regelmäßigen Gewohnheit und erkunden wir gemeinsam die weite Welt der Bücher. Unbedingt! Begeben wir uns auf diese literarische Reise und genießen wir die Freude am Lesen. Lektion 47 – Verhandeln auf dem Markt Wie wäre es, wenn wir auf dem lokalen Markt einkaufen gehen? Wir könnten tolle Angebote finden. Das klingt nach einem Plan. Ich liebe es, Märkte zu erkunden und um einen guten Preis zu feischen. Verhandeln kann Spaß machen und sich lohnen. Wir können versuchen, uns mit einem niedrigeren Preis zufrieden zu geben. Es ist eine Fähigkeit, die es wert ist, gemeistert zu werden. Durch Verhandlungen können wir etwas Geld sparen. Lassen Sie uns unser Verhandlungsgeschicht auffrischen und selbstbewusst in unsere Verhandlungen gehen. Unbedingt! Wir werden uns um ein gutes Angebot bemühen und sehen, ob Sie irgendwelche Extras hinzufügen können. Mit einigen freundlichen Verhandlungen könnten wir einige fantastische Artikel zu einem vernünftigen Preis erzielen. Lektion 48 – Überprüfung der Prognose Ich plane dieses Wochenende ein Picknick. Bevor wir gehen, sollten wir die Prognose überprüfen. Gute Idee! Es ist wichtig, vorbereitet zu sein und nicht bei schlechtem Wetter erwischt zu werden. Lassen Sie uns die Wetterbedingungen überprüfen, bevor wir unsere Pläne fertigstellen. Es ist immer ratsam zu wissen, was einen erwartet, und sich entsprechend zu kleiden. Wir können unser Picknick ohne Sorgen genießen, wenn wir im Wohraus planen. Lektion 49 – Koch in Erfahrung Ich hatte die Gelegenheit, jüngere Ruderer an zwei nordamerikanischen Universitäten, Toronto und Columbia, zu kochachen. Das ist beeindruckend! Koch in ist eine lohnende Erfahrung, die es Ihnen ermöglicht, eine positive Wirkung zu erzielen. Es war eine Ehre, mit talentierten Sportlern zusammenzuarbeiten und ihnen zu helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Koch in bietet Anleitung und Unterstützung, um Einzelpersonen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Ich habe viel gelernt, als ich gekocht und das Wachstum der Ruderer miterlebt habe. Ihre Koch in Erfahrung muss erfüllend und unvergesslich gewesen sein. Unbedingt! Es ist unglaublich, das Engagement und die Leidenschaft junger Sportler zu sehen. Lektion 50 – Jagdtraditionen Wussten Sie, dass Inuit Boote zur Jagd benutzten? Sie jagten Säugetiere, die im Wasser lebten. Das ist faszinierend! Die Jagd war ein wesentlicher Bestandteil des Überlebens vieler Kulturen. Jagdtraditionen zeigen den Einfallsreichtum und die Anpassungsfähigkeit verschiedener Gemeinschaften. Es ist interessant, wie verschiedene Kulturen auf der Grundlage ihrer Umgebung einzigartige Jagdtechniken entwickelten. Die Jagd hat die Geschichte der Menschheit geprägt und eine bedeutende Rolle in unserer Entwicklung gespielt. Das Verständnis der Jagdtraditionen gibt uns Einblicke in das Leben unserer Vorfahren und ihre Beziehung zur Natur. Lassen Sie uns die reiche Vielfalt der Jagdpraktiken und das Wissen schätzen, das über Generationen weitergegeben wurde. Lektion 51 – Wochenendtrip Machen wir das Beste aus unserem Wochenendausflug. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich riesig. Wir können neue Orte erkunden und bleibende Erinnerungen schaffen. Es ist eine großartige Gelegenheit, sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Wir werden die Schönheit der Natur genießen und neue Aktivitäten ausprobieren. Lassen Sie uns jeden Moment genießen und das Beste aus unserer Zeit machen. Unbedingt! Lassen Sie uns auf das Abenteuer ein und genießen Sie unseren Wochenendausflug. Lektion 52 – Erste Auswärtsreise Heute gehe ich zum Haus meines Freundes. Ihr Name ist Valerie. Das ist großartig! Hast du Visitenkarten ausgetauscht oder dich auf LinkedIn verbunden? Nein, es ist ein geselliger Besuch. Wir sind schon lange befreundet. Das ist wunderbar! Es ist wichtig, Freundschaften zu pflegen und in Verbindung zu bleiben. Unbedingt! Ich freue mich darauf, mich zu treffen und Zeit miteinander zu verbringen. Genießen Sie Ihren Besuch und haben Sie eine tolle Zeit mit Valerie. Danke! Ich werde dafür sorgen, dass Sie eine unvergessliche Zeit haben. Lektion 53 – Leidenschaften verfolgen Wenn Sie Filme mögen, könnten Sie eine Karriere in der Filmbranche verfolgen. Das ist wahr! Du könntest in einer Band singen oder ein Instrument spielen, wenn du möchtest. Wenn Sie eine Leidenschaft dafür haben, Menschen zu helfen, könnten Sie ins Gesundheitswesen gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, unsere Interessen und Talente zu entdecken. Unbedingt! Es ist wichtig, unseren Leidenschaften zu folgen und Erfüllung in unseren eingeschlagenen Wegen zu finden. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist erstaunlich, wie die Verfolgung unserer Leidenschaften zu einer erfüllenden und lohnenden Karriere führen kann. Ob Kunst, Sport oder Technologie, für jeden gibt es etwas, in dem er sich auszeichnen kann. Lektion 54 – Erfolgreiches Netzwerken Das ist großartig! Hast du Visitenkarten ausgetauscht oder dich auf LinkedIn verbunden? Ja, wir haben Visitenkarten ausgetauscht. Es ist wichtig, professionelle Verbindungen aufzubauen. Networking kann Türen zu neuen Möglichkeiten und Kooperationen öffnen. Unbedingt! Es ist wichtig, unseren beruflichen Kreis zu erweitern und sinnvolle Beziehungen zu pflegen. Durch die Vernetzung können wir von anderen lernen und unser Fachwissen teilen. Es ist eine großartige Möglichkeit, auf dem Laufenden zu bleiben und potenzielle Mentoren oder Partner zu finden. Netzwerken ist eine wertvolle Fähigkeit, von der wir in verschiedenen Lebensbereichen profitieren können. Lektion 55 – Einkaufsliste Klar, ich könnte etwas frische Luft gebrauchen. Was musst du kaufen? Ich muss Lebensmittel für die Woche und einige Haushaltsgegenstände kaufen. Es ist wichtig, eine gut ausgestattete Speisekammer zu haben und sich um unser Zuhause zu kümmern. Einkaufen kann Spaß machen und auch eine praktische Möglichkeit sein, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Unbedingt! Es ist eine gute Gelegenheit, tolle Angebote zu finden und unsere Schränke auf den neuesten Stand zu bringen. Lass uns eine Liste machen und in den Laden gehen. Einkaufen kann ein ziemliches Abenteuer sein. Lektion 56 – Schneller Kundenservice Ich habe den Kundensupport angerufen und sie waren ziemlich effizient. Es sollte nicht länger als zehn Minuten dauern. Sie priorisieren ihre Kunden. Das ist beeindruckend. Es ist immer frustrierend, zu lange auf Eis gelegt zu werden. Sie versicherten mir, dass in Kürze jemand bei mir sein würde, und sie haben geliefert. Es ist erfrischend, einen schnellen und hilfreichen Kundenservice zu erleben. Unbedingt! Es macht die Problemlösung viel einfacher und angenehmer. Lektion 57 – Eiförmige Schwellung Haben Sie jemals eine eiförmige Schwellung an Ihrem Körper bemerkt? Ja, manchmal kann es unangenehm sein. Wodurch wird es verursacht? Es könnte ein Hämatom sein, bei dem es sich um eine Blutansammlung außerhalb der Blutgefäße handelt. Benötigt es ärztliche Hilfe? Konsultieren Sie am besten einen Arzt, insbesondere wenn es schmerzhaft ist oder anhält. Ich werde es im Auge behalten und bei Bedarf ärztlichen Rat einholen. Es ist immer besser, vorsichtig zu sein, wenn es um unsere Gesundheit geht. Lektion 58 – Kreuzungsgang Ich habe eine Abkürzung zum Park gefunden. Wir müssen nur die Kreuzung erreichen. Hört sich gut an. Wie machen wir von dort aus weiter? Danach laufen wir etwa 5 Minuten weiter und wir werden da sein. Perfekt! Stellen wir sicher, dass wir die Abzweigung an der Kreuzung nicht verpassen. Keine Sorge, ich führe uns. Wir werden den Park in kürzester Zeit genießen können. Lektion 59 – Urlaubsziel Ich habe darüber nachgedacht, einen Urlaub zu planen. Irgendwelche Vorschläge, wohin man gehen soll. Wie wäre es mit einem Strandziel? Sie können sich entspannen und die Sonne genießen. Das klingt verlockend. Gibt es einen bestimmten Strand, den du empfiehlst? Dann ist es Bali. Dann fange ich an, unsere Reise zu recherchieren und zu planen. Lektion 60 – Aktivitäten in der Kindheit Welche Aktivitäten haben dir als Kind Spaß gemacht? Ich habe es geliebt zu schwimmen und zu angeln. Sie waren meine Lieblingsbeschäftigungen. Die klingen nach Spaß. Hattest du irgendwelche unvergesslichen Erlebnisse? Als Samuel elf Jahre alt war, nahm ihn sein Vater mit auf eine Angeltour. Sie hatten eine tolle Zeit zusammen. Es ist wunderbar, wenn Eltern mit ihren Kindern bleibende Erinnerungen schaffen. Lektion 61 – Eine herausfordernde Distanz Anna, lass uns heute eine Strecke von drei Meilen zurücklegen. Es scheint schwierig und doch machbar. John, das klingt nach einem guten Training. Ich bin bereit für die Herausforderung. Es ist wichtig, sich selbst zu pushen und erreichbare Ziele zu setzen. Unbedingt! Es ist eine großartige Möglichkeit, unsere Fitness und Ausdauer zu verbessern. Lass uns langsam anfangen und unser Tempo schrittweise erhöhen. Lektion 62 – Riverside-In-Option Haben Sie darüber nachgedacht, für unsere Reise im Riverside-In zu übernachten? Eine weitere Option ist das Riverside-In an der 789 River Street. Das klingt interessant. Wir sollten uns Ihre Annehmlichkeiten und Bewertungen ansehen. Unbedingt! Standort- und Kundenfeedback sind wichtige Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Mal sehen, ob Sie Sonderangebote oder Rabatte haben. Es wäre toll, eine komfortable und erschwingliche Unterkunft zu finden. Einverstanden! Lassen Sie uns das Riverside-In als mögliche Unterkunft erkunden. Lektion 63 – Persönlicher Hinterhof Was hältst du davon, es in meinem Hinterhof zu vergraben? Es fühlt sich persönlicher an. Mir gefällt die Idee, der Beerdigung eine persönliche Note zu geben. Es kann eine sinnvolle Möglichkeit sein, Ihr Andenken zu ehren. Unbedingt! Es schafft eine besondere Verbindung und ein Gefühl der Geschlossenheit. Stellen wir sicher, dass wir einen ruhigen Ort im Hinterhof wählen. Es ist wichtig, einen friedlichen Ruheplatz zu schaffen. Einverstanden! Sie in unserem Hinterhof zu begraben, wird in schwierigen Zeiten Trost spenden. Lektion 64 – Schnelle Nachrichten Auf jeden Fall! Ich finde es praktisch, schnelle Nachrichten ohne Unterbrechung zu senden. Es ist eine großartige Möglichkeit, effizient zu kommunizieren und in Verbindung zu bleiben. SMS ermöglichen es uns, Informationen auszutauschen und schnelle Gespräche zu führen. Unbedingt! Es ist eine zeitsparende Kommunikationsmethode. Stellen wir sicher, dass Sie klare und präzise Botschaften verwenden. Kurze und einfache Botschaften sind effektiv, um unsere Gedanken zu vermitteln. Einverstanden! Schnelle Nachrichten helfen uns, ohne lange Unterbrechungen in Kontakt zu bleiben. Lektion 65 – Hilfe schätzen Bahnhof – Du darfst es nicht verpassen! Hervorragend! Ich schätze deine Hilfe! Es ist wichtig, sich gegenseitig zu helfen und die Dinge einfacher zu machen. Unbedingt! Ein bisschen Hilfe kann viel bewirken. Seien wir immer bereit, bei Bedarf unter die Arme zu greifen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, starke und unterstützende Beziehungen aufzubauen. Einverstanden! Ich freue mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Zusammen sind wir stärker! Lektion 66 – Zukünftige Technologien Hat an einer Podiumsdiskussion über Zukunftstechnologien teilgenommen. Sehr aufschlussreich! Das klingt faszinierend! Was waren die wichtigsten Imbissboden? Sie sprachen über Fortschritte in den Bereichen Key, Robotik und erneuerbare Energien. Das ist interessant! Haben Sie irgendwelche spezifischen Durchbrüche erwähnt? Sie diskutierten über selbstfahrende Autos und das Potenzial sauberer Energiequellen. Es ist erstaunlich, wie Technologie unsere Zukunft weiterhin prägt. Unbedingt! Es war eine zum Nachdenken anregende Diskussion. Lektion 67 – Einen Plan aufstellen Stellen wir es dem Team vor. Toller Plan! Unbedingt! Es ist wichtig, Ihren Beitrag und Ihre Unterstützung zu erhalten. Wir sollten ein Treffen vereinbaren, um unsere Ideen vorzustellen. Das ist eine gute Idee. Wir können die Vorteile und möglichen Ergebnisse erklären. Ein gut strukturierter Pitch hilft uns dabei, unsere Vision effektiv zu vermitteln. Einverstanden! Lassen Sie uns das Team zusammenstellen und unseren Plan selbstbewusst präsentieren. Lektion 68 – Bekannte Persönlichkeiten Hast du von den bekannten Figuren gehört, die sie in Katastrophen eingesetzt haben? Ja, es ist eine einzigartige Möglichkeit, das Bewusstsein für historische Ereignisse zu schärfen. Es ist interessant, wie Sie Skulpturen verwenden, um diese Momente darzustellen. Unbedingt! Es ist eine wirkungsvolle Art, sich an die Vergangenheit zu erinnern und sie zu ehren. Die versammelte Firma scheint die Kunstfertigkeit zu schätzen. Es ist beeindruckend, wie Sie die Skulpturen trotz der Unannehmlichkeiten annehmen. Einverstanden! Die Zahlen erinnern uns an unsere Geschichte, auch an die schwierigen Teile. Lektion 69 – Vulkanische Vergangenheit Diese Berge sind ziemlich alt, aber vor Millionen von Jahren waren sie sehr vulkanisch. Es ist faszinierend, wie sich die Landschaft im Laufe der Zeit verändert hat. Nur ein paar Vulkane sind heute noch aktiv. Es ist unglaublich, über die Naturgewalten bei der Arbeit nachzudenken. Obwohl sie in der Vergangenheit sehr vulkanisch waren, ruhen sie jetzt. Die Kraft der Natur kann die Welt auf bemerkenswerte Weise formen. Unbedingt! Es ist ein Beweis für die sich ständig verändernde Natur der Erde. Lektion 70 – Preisinformationen Können Sie mir einige Zahlen zum Vergleich geben? Ganz gewiss. Ich werde die Preisdetails mit Ihnen teilen. Es ist wichtig, ein klares Verständnis der Kosten zu haben. Ich werde sicherstellen, dass Sie genauer und aktuelle Informationen erhalten. Ich danke dir. Die Preisinformationen helfen mir, eine Entscheidung zu treffen. Es ist wichtig, dass Sie die nickel- und aktuelle Smarche sein. Die Skipter יבyen